Willkommen zu einer Einführung in die Systematik des Global Commoning Systems. Das hier ist die Sprint-Version des Vortrags, das heißt es ist der komplette Foliensatz, aber keine zusätzlichen Erklärungen dazu. Für alle, die diese Erklärungen möchten und sich die Zeit dafür nehmen wollen, gibt es eine etwa dreimal längere Variante. Unbekannte Begriffe können in unserem Glossar nachgeschlagen werden oder ihr lest den entsprechenden Teil der Textreihe. Aber unsere Zeit ist knapp, also lasst uns gleich starten. Der Vortrag ist in fünf Kapitel gegliedert. Das sind die Grundlagen, die Struktur, Tätigkeitsmuster, Mittel und der Konfigurationsprozess. Und anfangen werden wir mit den Grundlagen. Was ist das Global Commoning System? Zuerst sind wir ein Projektteam aus Aktivisten und Aktivistinnen mit dem gemeinsamen Ziel, die Bedingungen für Commoning zu verbessern. Dann ist das Global Commoning System eine Theorie, die gemeinsam ausgearbeitet wird. Bisher erschienen sind der Essay The Timeless Way of Reproduction und die Textreihe The Global Commoning System. Die Textreihe ist dabei noch unvollständig. Weiter ist das Global Commoning System eine Softwareinfrastruktur, die komplexe Kooperation auf Basis von Freiwilligkeit und Selbstorganisation durch Selbstzuordnung ermöglichen soll. Und das Global Commoning System ist eine Möglichkeit für dich, Teil dieser Bewegung zu werden. Wir brauchen Hilfe und freuen uns über Zuwachs. Was ist Commoning bzw. was ist Gemeinschaften, wie wir es auch auf Deutsch nennen? Zu sagen, was wir wollen oder brauchen, zu schauen, was uns umgibt und uns zur Verfügung steht und uns auf Augenhöhe organisieren und aktiv werden, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und wie soll die Global Commoning System Softwareinfrastruktur dieses Gemeinschaften unterstützen? 1. Durch die Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere 2. Soll eine Transparenz über verfügbare Mittel und darüber getroffenen Absprachen ermöglicht werden 3. Sollen mögliche Tätigkeiten zur Bedürfnisbefriedigung bzw. Bedarfsdeckung anhand der lokal verfügbaren Mittel herausgestellt werden 4. Soll es eine individuelle Sortierung der Tätigkeiten anhand eigener Prioritäten, Interessen und Fähigkeiten geben 5. Soll die Selbstzuordnung zu Tätigkeiten und die Kooperation zwischen einander unbekannten Personen ermöglicht werden 6. Soll die Kommunikation von einem Prozessbeteiligten und von Prozessbetroffenen unterstützt werden Womit wir auch schon zur Struktur kommen Im Commoning bzw. Gemeinschaften geht es immer um die Befriedigung von Bedürfnissen Das, was jetzt folgen wird, ist die Struktur von einem Bedürfnis bis zu seiner Befriedigung und allen Tätigkeiten dazwischen, die dafür notwendig sind Das ist so das Skelett unserer Systematik Wir haben also ein unbefriedigtes Bedürfnis B- Das Bedürfnis wird vermittelt Es geht ja nur darum, um Bedürfnisse, die nicht selbst befriedigt werden können Es muss eine Tätigkeit geschehen, die dieses Bedürfnis befriedigt Diese Tätigkeit benötigt Mittel Und am Ende ist dieses Bedürfnis befriedigt Jetzt ist die Frage, was ist, wenn eines dieser Mittel hier bei Tätigkeit T1 mit dem Resultat der Bedürfnisbefriedigung das Mittel B nicht verfügbar ist Dann sprechen wir von einem Bedarf Ein Bedarf muss wieder vermittelt werden Dann muss eben eine Tätigkeit kommen, die diesen Bedarf verfügbar macht Und dann ist eben dieser Bedarf gedeckt Das Mittel steht zur Verfügung und kann für die Tätigkeit, die das Bedürfnis befriedigt, verwendet werden Wir haben noch eine dritte Form, wie Tätigkeiten mit einem Bedürfnis zusammenhängen Und das sind Nebenresultate Die erste Form von Nebenresultaten sind neue Mittel, die bei Tätigkeiten entstehen aber nicht direkt zur Bedürfnisbefriedigung notwendig werden Das kann zum Beispiel Müll sein Die zweite Form von Nebenresultaten kann die Zustandsveränderung eines Mittels sein Zum Beispiel ein Raum, der schmutzig wird, eine Maschine, die defekt geht oder abgenutzt wird Wir reden hier von einem problematischen Mittelzustand Auch der muss wieder vermittelt werden Es gibt eine Tätigkeit, die getan werden muss, damit wir von diesem problematischen Mittelzustand wegkommen Und das Mittel eben in den Erhaltungszustand zurückführen Der Erhaltungszustand, wo das Mittel wieder verwendet werden kann von anderen und der von Beteiligten definiert werden muss Das war es auch schon mit der Struktur Wir kommen zu Tätigkeitsmustern Tätigkeitsmuster sind isolierbare, tendenziell wiederkehrende Momente des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses Sie beschreiben Tätigkeiten, die immer wieder vorkommen Jede Tätigkeit und damit auch jedes Tätigkeitsmuster hat ein Resultat Warum führe ich diese Tätigkeit aus? Die meisten Tätigkeiten haben einen Bedarf, was ist notwendig zur Ausführung der Tätigkeit Und manche Tätigkeiten haben ein Nebenresultat, was entsteht durch die Tätigkeit Was aber nicht benötigt wird für den Prozess der Bedürfnisbefriedigung Außerdem hat jedes Tätigkeitsmuster eine Beschreibung Das schauen wir uns jetzt nochmal näher an Wir haben hier diese Bäuerin in vermutlich China Wir isolieren diese Tätigkeit von ihrem Umfeld Wir sagen, was ist das Resultat dieser Tätigkeit? Geernteter Reis Und dann fragen wir, was ist der Bedarf? Was ist dafür notwendig? Zuerst ein Reisfeld Dann ein großer Korb Und dann scheinbar auch ein kleiner Korb Wir nennen das Tätigkeitsmuster Reisernte Und fügen eine Beschreibung dazu 1, 2, 3, welche Schritte müssen getan werden Damit durch den Bedarf das Resultat entstehen kann Natürlich machen nicht wir das Sondern die Bäuerin, die diese Erfahrung hat Hier sind wir in einer Bäckerei Auch hier isolieren wir die Tätigkeit von ihrem Umfeld Wir fragen, was ist das Resultat? Es ist ein vorgeformter Brotteig Der Bedarf ist Mehl, Wasser, Hefe und vielleicht diese Schürze Wir nennen es Brotteig herstellen Damit im Zusammenhang steht diese Tätigkeit Wir isolieren sie wieder aus ihrem Umfeld Wir fragen, was ist das? Brot backen Das Resultat ist gebackenes Brot Der Bedarf ist ein Ofen Das ist Brotteig, ist eine Schaufel, ist eine Schürze Und hier haben wir noch ein Nebenresultat angegeben Und das ist die Verschmutzung des Ofens Auch das ist eine wiederkehrende Tätigkeit im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess Wir isolieren sie von ihrem konkreten Kontext Und nennen es Brot-Essen Eine Tätigkeit, die eine Bedürfnisbefriedigung nach sich zieht Der Bedarf ist ein Messer fürs Brotschneiden Das Brot selbst und ein Aufstrich, den wir hier sehen Die erste Funktion also von Tätigkeitsmustern ist es Individuelle Erfahrungen gesellschaftlich zu teilen Um andere zu befähigen Das heißt, jemand hat Wissen, hat Erfahrung Teilt diese in Form eines Tätigkeitsmusters Eine andere Person kann bei entsprechender Qualifikation Diese Tätigkeit dadurch ausführen Und sie auch durch die Ausführung verinnerlichen Bei verinnerlichten Tätigkeitsmustern Reden wir in unserer Systematik von Fähigkeiten Die zweite Funktion von Tätigkeitsmustern Ist die Verkettung individueller Erfahrung Zu transparenten gesellschaftlichen Prozessen Wir nennen das Konfigurationen Was ist eine Konfiguration? Wir haben das Bedürfnis Hunger Das durch die Tätigkeit des Brotessens befriedigt werden kann Brotessen hat drei Bedarfe In dem Muster, das wir kennen Das messe das Brot und dieser Aufstrich Und wir behaupten jetzt Der Bedarf Brot ist nicht verfügbar Wir kennen eine Tätigkeit, die ja schon als Tätigkeitsmuster beschrieben ist Die diesen Bedarf verfügbar macht Und das ist das Brotbacken Bedarf und Resultat passen zusammen Die Tätigkeiten können deswegen zusammengehängt werden Und wir wissen, wie dieser Bedarf gedeckt wird Die Tätigkeit des Brotbackens hat aber ebenso einen Bedarf Und das ist ein Brotteig, der nicht verfügbar ist Auch hier kennen wir eine Tätigkeit, die des Brotteig herstellens Resultat und Bedarf sind genau gleich Deswegen können sie zusammengehängt werden Dann aber haben wir auch ein Nebenresultat Das Nebenresultat des Brotbackens ist die Verschmutzung des Ofens Das heißt, der Zustand des Ofens verändert sich Der Mittelzustand ist problematisch Und es braucht eine Tätigkeit, dass der Ofen in den Erhaltungszustand zurückkommt Und das ist die Tätigkeit des Ofenreinigens So viel zu Konfigurationen, die eine bedeutende Rolle für uns spielen Jetzt schauen wir uns die Mittel an Ein Mittel ist alles, ob materiell oder immateriell Das im Prozess der Bedürfnisbefriedigung angewendet werden kann Und welche Mittel für das Gemeinschaften verwendet werden dürfen Vermitteln die Personen, welche über die entsprechenden Mittel bestimmen können Wir schauen uns hier auf dem indischen Bauernhof an Was für Mittel alles vermittelt werden könnten Zuallererst wäre da ein Reißfeld oder viele Reißfelder Dann wären da Bäume Wir haben einen Brunnen, den ich zuschreibe, dass da Wasser drin ist Wir haben Autos, denen ich zuschreibe, dass da Benzin drin ist Wir haben ein Wohnhaus Wir haben zwei Lagerhallen Und hier haben wir auch einen kleinen Korb stehen, wenn man genau hinzoomt Dann fragen wir, welche Absprachen bisher bestehen zu diesen Mitteln Zum Beispiel, wer ist bei der Verwendung des Mittels eingeschlossen Oder zu welchem Zweck darf das Mittel verwendet werden Oder ist das Mittel bereits reserviert Sind Tätigkeiten zur Erhaltung des Mittels notwendig Wenn ja, wer ist dafür verantwortlich Oder ist die Nutzung des Mittels gedeckelt All das muss transparent sein, damit wir uns auf Augenhöhe organisieren können Wie wir mit den verfügbaren Mitteln möglichst effizient unsere Bedürfnisse befriedigen können Konfigurationen verlaufen in den durch Nutzungsbedingungen bzw. Absprachen gesetzten Grenzen der verfügbaren Mittel Das schauen wir uns jetzt näher an Wir haben hier wieder ein Bedürfnis, wieder mal ist es Hunger und diesmal kann es befriedigt werden durch eine Schüssel Reis Wir kennen schon die Tätigkeit des Reiserntens mit dem Bedarf des Reisfeldes und dem Bedarf eines kleinen Korbes Es braucht auch noch einen großen Korb Der große Korb ist hier aber nicht verfügbar Ich behaupte aber, dass er in 5 km Entfernung steht und dort abgeholt werden könnte Ich schaue mich also um und würde mir auch denken Okay, wir haben ein Auto, wir haben Benzin Ich führe die Tätigkeit des Autofahrens durch, um diesen Korb von A nach B zu transportieren In dem Beispiel geht es dann leider nicht Weil hier in Kalenderwoche 12 hat die Eigentümerin gesagt, ist zu mich reserviert Kalenderwoche 13 und 14 hat sie gesagt, macht damit was ihr wollt Und in Kalenderwoche 13 hat sie schon eine Gruppe angenommen für die Renovierung des Lagers Und deswegen steht das Auto mir erstmal nicht zur Verfügung Was ich natürlich machen kann, ist in einen sozialen Prozess zu gehen Diese Gruppe anzufragen, kann ich vielleicht, obwohl ihr das reserviert habt, das Auto trotzdem kurz ausleihen Aber wenn ich das nicht machen will, dann muss ich mir eine andere Tätigkeit suchen Zum Beispiel die Tätigkeit des Laufens Von A nach B laufen, 5 km runter, Korb holen 5 km hoch Und die Tätigkeit des Reiserntens kann begonnen werden Ein letztes noch zum Mittel Verfügbare Mittel können Formen des privaten Eigentums oder Gemeinguts sein Nutzungsfreiheiten sollen bei uns auf noch unbekannte Weise von Bedarfen auf das Resultat vererbt werden können Und das Gute am privaten Eigentum ist zum Beispiel, dass es Tätigkeiten ermöglicht Wenn ich es anderen freigebe Aber wir versuchen uns mit dem Resultat gemeingut anzunähern Dass einfach nicht mehr einzelne konkrete Personen alleinig darüber entscheiden Sondern mehrere Leute mitentscheiden können, wie es am besten verwendet werden kann Und damit kommen wir schon zum letzten Kapitel Den Konfigurationsprozess Welches sich allerdings nochmal in 5 Unterkapitel aufteilt Das erste wäre Was ist der Konfigurationsprozess? Dann geht es um den Begriff der spekulativen Gesamtdauer Schließlich um die Auswirkungen von Nebenresultaten auf die spekulative Gesamtdauer Dann um die Reihenfolge der vorgeschlagenen Tätigkeiten Schließlich um den Prozess der Selbstzuordnung und Zwecksetzung von Mitteln Und als wäre das nicht schon lange genug Fangen wir an mit einer Erinnerung an den Beginn dieses Vortrags Softwarefunktionen Oder wie es damals hieß Wie kann die Global Commoning Software Infrastruktur das Gemeinschaften unterstützen? Erstens haben wir die Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere Die Transparenz über verfügbare Mittel und darüber getroffene Absprachen Drittens die Herausstellung möglicher Tätigkeiten zur Bedürfnisbefriedigung Beziehungsweise Bedarfsdeckung anhand der lokal verfügbaren Mittel Viertens die individuelle Sortierung der Tätigkeiten anhand eigener Prioritäten, Interessen und Fähigkeiten Fünftens die Ermöglichung von Selbstzuordnung zu Tätigkeiten und Kooperation zwischeneinander unbekannten Personen Und sechstens die Unterstützung der Kommunikation von an Prozessen Beteiligten und von Prozessen Betroffenen Die Frage war aber, was ist der Konfigurationsprozess? Und der Konfigurationsprozess ist genau das hier, die Punkte 3 bis 4, die ich nochmal vereinfacht habe Automatischer Vorschlag von Tätigkeiten durch die Software an alle Beteiligten Viertens Sortierung dieser Tätigkeiten für die Beteiligten Und fünftens Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch die Beteiligten Das ist ein Prozess, der sich immer wieder wiederholt Also ein Bedürfnis wird vermittelt Die Software sucht Tätigkeiten, die anhand des lokalen Umfeldes passend sind, um dieses Bedürfnis zu befriedigen Es gibt verschiedene Optionen Die werden sortiert individuell für die Beteiligten, je nach deren Prioritäten, Interessen und so weiter Dann kann sich jemand dieser Beteiligten dem annehmen, sich eine Tätigkeit zuordnen Erst dadurch wird klar, welcher Bedarf ist notwendig Also welche Mittel müssen noch verfügbar gemacht werden, um diese Tätigkeit auszuführen Und das ist dann wieder Punkt 3 Die Software schlägt zur Verfügbarmachung dieser Mittel wieder automatisch Tätigkeiten vor Die sortiert werden, denen sich zugeordnet werden kann und so weiter Und der Konfigurationsprozess geht so lange, bis sich herausgestellt hat, wer was in welcher Reihenfolge machen wird Und die Grundlage, wie die Software diese Tätigkeiten auswählen, vorschlägt, ist die spekulative Gesamtdauer dieser Tätigkeiten Was bedeutet die spekulative Gesamtdauer? Den Begriff will ich jetzt auch noch aufschlüsseln Die Gesamtdauer bezieht sich immer auf eine Tätigkeit, umfasst aber die Dauer dieser Tätigkeit und aller Tätigkeiten, die zu ihrer Ausführung notwendig sind Beziehungsweise durch ihre Ausführung notwendig werden Im Konfigurationsprozess ist die Gesamtdauer spekulativ Da zu Beginn nicht bekannt ist, welchen Tätigkeiten sich tatsächlich zugeordnet wird Für den Konfigurationsprozess wurde die Zeiteinheit gewählt, dass sie leicht mess- bzw. abschätzbar und von individuellen Urteilen unabhängig ist Außerdem ist sie effizienzfördernd und allen Tätigkeiten gemein Wem das näher interessiert, warum wir die Zeiteinheit gewählt haben, Textreihe Teil 3, das erste Kapitel Weil eine Frage, die sich da aufdrängen kann, ist, aber Zeit und Effizienz, geht das nicht tendenziell zu Lasten der Natur Mit dieser Frage im Hinterkopf schauen wir uns die Auswirkungen der Nebenresultate auf die Gesamtdauer an Das Szenario, ein T-Shirt wird rot gefärbt, wobei Schadstoffe entstehen Diese Schadstoffe müssen beseitigt werden Links und rechts sehen wir immer denselben Prozess in unterschiedlichen Darstellungsweisen Ihr könnt euch einen aussuchen Wir haben hier diese Tätigkeit des T-Shirt-Färbens und das Nebenresultat der Farbreste Jetzt gibt es eine Tätigkeit, die heißt Recycling Schadstoffe und geht 5 Minuten Aber natürlich gibt es auch die Tätigkeit des Ausschüttens von Schadstoffen in einen Fluss Der dauert eine Minute, hat den Bedarf von einem Fluss und Schadstoffen Und das Nebenresultat von verschmutzten Wasser Nur diese Tätigkeit betrachtet, ist es natürlich effizienter, die Schadstoffe in den Fluss zu kippen Allerdings wirkt sich das natürlich auf den Fluss aus Der Fluss gerät in einen problematischen Mittelzustand Und es braucht quasi eine neue Tätigkeit, um diesen Fluss wieder zum Erhaltungszustand zurückzuführen Das ist die Säuberung des Flusswassers Sie geht ungefähr 10 Minuten für die Menge an Giftstoffen, die durch das T-Shirt-Färben entstanden ist Und wenn auch noch diese Wasserbereinigungsanlage erst aufgebaut werden muss Ist die Gesamtdauer der Tätigkeit Schadstoffe in den Fluss kippen unglaublich hoch Und einfach in keiner Weise vergleichbar mit dem einfachen Recycling, das an sich nur 5 Minuten braucht Deswegen die Frage, ist es effizienter, Chemikalien in den Fluss zu kippen als zu recyceln? Nicht, wenn die Sauberkeit des Flusses erhalten bleiben soll Oder konkreter, solange Erhaltungszustände definiert sind, steht die Zeiteinheit im Konfigurationsprozess Nicht im Widerspruch zum Naturschutz etc. Damit kommen wir auch schon zur Reihenfolge der vorgeschlagenen Tätigkeiten Und wir sehen hier von Nebenresultaten ab, da sie alles nur wahnsinnig kompliziert machen Und wir das jetzt kurz nicht haben wollen Anhand der lokal verfügbaren Mittel stellt die Software mögliche Konfigurationen zur Bedarfsdeckung heraus Und ordnet diese nach ihrer spekulativen Gesamtdauer Dann wird die oberste Tätigkeit der Konfiguration mit der geringsten Gesamtdauer Den Beteiligten im lokalen Umfeld vorgeschlagen Parallel dazu wird Wissen und die Verfügung über Mittel abgefragt Um schrittweise die Bedingungen für Gemeinschaften zu verbessern Und falls sich niemand zuordnet oder ein Mittel zur Verfügung stellt Wird die oberste Tätigkeit der Konfiguration mit der zweitgeringsten spekulativen Gesamtdauer zusätzlich vorgeschlagen Falls sich aber jemand zuordnet, werden in gleicher Weise Tätigkeiten zur Deckung eines jeden Bedarfs vorgeschlagen Wenn der Bedarf einer jeden Tätigkeit verfügbar ist oder verfügbar gemacht werden kann, kann die Kooperation beginnen Wir kommen jetzt zum Prozess der Selbstzuordnung und Zwecksetzung von Mitteln Ich kann mich Tätigkeiten annehmen, in denen ich Erfahrung habe oder die mich interessieren Hierdurch relativiert sich die Zeitorientierung beim Vorschlag von Tätigkeiten Aber auch ich kann mich Tätigkeiten annehmen, die zur Befriedigung mehrerer Bedürfnisse beitragen Hierdurch verdichtet sich der gesellschaftliche Reproduktionsprozess Ich kann mich Tätigkeiten annehmen, mit denen der Aufwand anderer Beteiligter gewürdigt wird Hierdurch kann ein tendenzieller Vorteil durch den eigenen Beitrag entstehen Genauso kann ich mich Tätigkeiten annehmen, bei denen Lebensumstände anderer Personen oder eigene soziale Beziehungen berücksichtigt werden Und außerdem, ich kann über die Verwendung verfügbar gemachter Mittel mitbestimmen Hierdurch wird innerhalb eines sozialen Prozesses die festgelegte Form einer Konfiguration realen Lebensumständen angepasst Das ist wichtig, denn mit der Software können wir nicht bestimmen, was mit Dingen geschieht Wir können diese Prozesse unterstützen, man kann damit Vorschläge machen Aber alles, was entsteht, ist Gemeinsames oder tendiert in die Richtung des Gemeinsamen Und andere Leute, auch Leute, die zum Beispiel nicht diese Software verwenden, können selbstständig darüber mitbestimmen Und daher müssen diese Konfigurationen ständig angepasst werden Für uns heißt das, angepasst werden können Und generell, wie Gesellschaft funktioniert, muss neu gedacht werden, wenn sich auf die Dinge der Welt als Gemeinsames bezogen wird Und damit zum Abschluss Gesellschaft im Allgemeinen ist immer eine Form der Organisation von Tätigkeiten, die notwendig sind, um als Menschheit existieren zu können Die heute bestimmende Form der Organisation von Tätigkeiten ist Lohnarbeit Die Vermittlung geschieht über Markt und Geld Die Tätigkeiten müssen dabei marktgerecht organisiert werden Der Zweck der Organisation ist damit nur eingeschränkt selbstbestimmt Die Gesellschaft verselbstständigt sich In einer bürgerlich-freien Gesellschaft war Geld bisher zur Organisation von Tätigkeiten notwendig Seit der Entstehung und Verbreitung des Internets ist es das nicht mehr unbedingt Und wir wollen das Potenzial des Internets ausnutzen, um den Aufbau einer Gesellschaft zu unterstützen Die keinen anderen Zweck als die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse kennt Und damit kommen wir zum letzten Punkt Wir sind ein kleines Team Wir haben sehr viele Aufgaben vor uns Und wenn du euren Sinn in dem siehst, was wir machen, bitte hilf uns dabei, das zu realisieren In dem Sinne danke ich auch herzlich allen Leuten, die diese Icons zur Verfügung gestellt haben, die ich zu tausend verwende Vielen, 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 vielen Dank dafür Vielen Dank an die Leute, die diese Bilder gemacht haben und in Creative Commons Lizenz hochgeladen haben Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit Ging schnell, war viel Schlagt Dinge nach, die ihr nicht verstanden habt Schreibt uns an Wir freuen uns Und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann im Projekt ZIP-LIST-LICH-SERHNT ZIP-LICH-UM-FORK ZIP-LICH-SERHNT ZIP-LICH-CE serait ZIP-LICH-STOPF misinformation ZIP-MIT ZIP-LICH-SERHNT ZIP-LICH-A dopamine ZIP- Article ZIP-LICH-17-T ZIP-LICH-LICH-NIxs ac-LICH-N-CH-NCh